hallo und willkommen zurück zu einer weiteren hallo und willkommen zurück zu einem neuen projekt und zwar hierzu ein nachgeholt projekt sozusagen denn wir haben noch gar nicht die modern warfare 3 kampagne gespielt und ich weiß die ist jetzt nicht der hammer und da müssen wir aber leider durch denn vor dem release von black ops 6 müssen wir das noch fertig machen ich habe halt schon sehr viel gehört dass die nicht so geil ist und ich habe schon ein bisschen drei gespielt wir gehen mal selber rein und ich sage euch dann wie es so ist und ja dann gehen wir mal rein ich spiele natürlich auf side art und Untertitelung des ZDF, 2020 Alpha Team bereit. Gehen nach oben. Alpha Team bereit. 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 Eingehakt. Und jetzt hoch. An alle Teams. Alpha ist in Position. Statusbericht. Bravo ist über der LZ. Charlie steht bereit. Ja, bevor ich irgendwas Schlechtes jetzt hier sage, will ich davor was Gutes sagen. Und zwar natürlich wie immer die Grafik. Die ist super. Ganz einfach. Ich mach mal den FPS-Counter aus. Ausschalten. Okay, mitgemacht. Bravo kommt rein. Ja, die erste Mission ist eigentlich recht gut und linear. So wie wir es kennen eigentlich immer die ersten Missionen die besten. Okay. Bravo geht runter. Bravo an Deck. Rücken vor. Alpha an Charlie. Bereit? Bestätige. An alle Teams. Grünes Licht für Phase 2. Bestätigt. Okay. Bravo steht breit. Ja, was man noch dazu sagen muss, diese Kampagne ist maximal drei bis vier Stunden lang. Was eigentlich ziemlich kurz ist für eine Modern Warfare Kampagne und davon wurde auch sehr viel Ja, kritisiert. Und es wurde auch überhaupt nicht lange gemacht. Nämlich irgendwie so fünf, sechs Monate. Und ihr könnt euch wahrscheinlich denken, ob dann die Arbeitszeiten sein müssten. Wir warten bis Charlie das Feuer öffnet und stürmen dann zu Luca auf dem Hof um nach drinnen zu gelangen. Hier warten. An alle Teams. Alpha ist in Position. Bestätigt. Bravo bereit. Ladung scharf. Charlie ist bereit. Lunde zünden. Bereithalten. Drei, zwei, eins, los geht's. Okay, Feuer frei. Stimmt, ähm, wen suchen wir? Ja, stimmt. Prisoner 627. Wer das wohl sein soll. Wir sehen den Fenstern. Fenster bestätigt. Jetzt hab ich auf Einzelschutz grad gewechselt. Sicher. Gut so. 2-1. An der Luke sammeln für Einstieg. Feinde im Anmarsch. Rein hier. Mir nah. Bewegung. Bravo ist drinnen. Bravo, Alpha ist in den Tunneln. Wie ist euer Status? Sind beim Kontrollraum. Warten auf euch. Okay. Beim Luftschacht. Bereithalten. Gut. Luke wird geöffnet. An alle Teams. Lassen wir es krachen. Bravo, Stecker ziehen. Blech. Blech. In drei. Zwei. Eins. Ausführen. An alle Teams. Bravo hat die Schlüssel bestätigt. Nur auf die Wachen schießen. Insassen als Deckung nutzen, sobald der Aufstand losgeht. Sicher. Mehr in den Zellenblöcken links. Ausräuchern. Stopp. Bravo bewegt sich nach unten. Sobald nicht ziemlich weit weg. Sobald nicht das passiert, wo wir es vergessen lassen haben? Jep. 1, 2, 3. Drei Rampen auferstanden. Oh, das sind auch ein bisschen. Hab alle. Oh Gott. Kompletter Aufstand hier. Aber das haben wir ja gut gemacht. Glaub wir sind die Bösen. Das sieht sehr danach aus. Aua. So, jetzt können sie mich nicht anreifen. Hier ist keiner. Bravo fast unten. Auf dem Weg nach unten. Ist viel zu hell. Ich will mal das Nachtsichtgerät ausmachen. Alpha 1 an Bravo 1. 55C öffnen. Bestätigt. Alpha rückt zu Untergeschoss X4 vor. X4 drinnen. Sicher. Gesickert. Gesickert. Wegen uns runter. Alpha ist im Untergeschoss. Holen wir unseren Mann. Ladung bereit machen. Ladung bereit machen. Ladung bereit. Ladung bereit. Facken. Treten Sie ins Licht. Treten Sie ins Licht. Der Plan war perfekt. Pläne müssen umgesetzt werden. Das ist erst der Anfang. Alle Teams, wir haben ihn. Abrücken in 30. Es ist mir eine große Ehre. Kommandant Makarov. 6 Jahre. 22 Tage und 4 Stunden. Bruder. Schön euch beide zu sehen. Dich auch. Was du von hier aus erreicht hast. Das ist erst die Spitze des Eisbergs. An alle Stationen. Hier ist euer Kommandant. Wladimir Makarov. Rufzeichen. Zar. 9.0. Und ich. Übernehme. Weiter mit Phase 3. Folgt mir. Okay. Der Boss der Boss ist draußen. Ist die Exfiltration noch nach Plan? Taktoschnur Kommandier. Wir nehmen den Aufzug nach oben und spazieren durch die Vordertür raus. Charlie erwartet uns hinter der Brücke. Okay. Einfach ist am besten. Bis es das nicht mehr ist. Ich finde es schade, dass wir von Russisch zu Deutsch wechseln. Können die nicht nur Russisch sprechen? Das ist dann viel geiler. Wenn man die Schrumpfünde mit dem. Vorsichtig. Tod. 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 Ja. Komm. Die KI ist mal wieder super. Oh. Ich treff nicht mal. Alfa 2 eins an Charlie. Ziel sicher. Rücken zur Exfiltration vor. Bereitheiter. Das ist das selbe Problem wie bei Modern Warfare 2. Gott. Ah. Lassen wir uns aber nicht abschrecken davon. Rein mit euch. Alpha 1, wir sind im Aufzug. Ziel ist sicher. Bereit für Exfilmen. Kommen. Alle Stationen oben umkämpft. Oben umkämpft. Truppenkontakt. Habe verstanden. Die Wachen setzen Bravo oben zu. Wir müssen noch warten. Gleich treffen Gefangene ein. Das lenkt die Wachen ab. Das ist die Chance. Warten ist riskant. André. Wer hat Macht hier im Gulag? Die Wachen? Oder Insassen? Äh, die Gefangenen. Was meinst du, Bratak? Die Insassen. Ja, André. Daher sind Waffen nötig. Mal an die zwei. Bekommst du dir, dass zwei mit dir ist für mich? An alle Stationen. Auf dem Wachtturm ist dein aktives M-Genest. Zaran Raptor, fordere sofortigen Beschuss des Zürgens auf dem Hoffan. Bestätigen. Verstanden. Raptor im Anflug. Raptor am Boden. Ziel erfasst. Vorsicht, Beschuss. Bestätigt. Lass Feuer regnen. Schüsse raus. Schüsse raus. Rakete. Lass das die Luftunterstützung machen. Okay. Okay. Gut gemacht, Jungs. Das ist unser Ausgang. Geil. Ja. Okay, doch nicht geil. Ziel zerstört. Gelangt zum Tunnel. Das ist unser Ausgang. Wir schon war rota. Idjom, Idjom. Wir passieren uns verboten. So, bitte nicht wieder von der Granate getroffen werden. Nein, zum Glück nicht. Achtung, der feindliche Heli ist in der Luft. Ivan, du hättest ihn zerstören sollen, als du die Chance dazu hattest. Keine Sorge. Er konzentriert sich auf die Gefangenen. Ja, lass mich doch erstmal hier rumpaulern. Sehr gut. Die Klappen werden überrannt. Die Story wird sich wahrscheinlich eher so... Ach nee, katsch, katsch. Anders gemeint. Das ist natürlich jetzt hier alles wieder Nostalgie-Zeugs, was hier gemacht wird. Nämlich Makarov ist draußen und U-O-G-Makarov. Wie geil ist das denn? Aber so war Makarov natürlich nichts. In dem OG Modern Warfare 3. Ich weiß gar nicht, wo ich da gerade hingelaufen bin. Gut gemacht, Jungs. Alle rein da. Weitergehen. Hallo. Nein, der kriegt ja. Geil auf die Wache, nicht auf die Gefangene. Das waren gerade meine Verbündeten. Alle rein, weiter in den Tunnel, schnell! Geil, dass ich auch meine Verbündeten schießen kann. Alles klar. Gehen wir. Charlie, wir sind gleich bei dir. Beschuss, runter! Verdammte Scheiße! In Deckung, Kirlang! Ja, okay. Ich hätte vielleicht erwarten sollen. Okay, also... Tür ist zu. Charlie sollte sich um diesen Heli kümmern. Das ist ein Problem, um das du nicht hättest kümmern müssen. Folgt den Klippen zum Wasser. Unsere Boote geben euch Deckungsfeuer. Schützen auf der Mauer. Ignoriert sie! Zu den Booten! Ja, ich bin gleich da. Oh, ein nicer Slide ins Wasser. Und Hopsala. Haben wir es geschafft? Jawoll. Andrei, komm! Ich lebe ich dich! Kommandier! Kommandier! Kommandier, komm! Es wurde! Wir sind Ihre Bedürfnisse, Commander. Hier gibt es keine Bedürfnisse. Es ist nur Angelegenheit! Angelegenheit! Abspann in 30 Sekunden! Watcher 1 an Bravo, 6. Watcher an Bravo, Ende. Das wohl hier ist 6. John, Makarov ist frei. Sag das nochmal! Makarov ist frei. Er ist aktiv, John. Abbruch! Wir kehren um! Dreh den Vogel um!